Casey West, Blaubeertage Mein Blick brennt ein Loch in das Papier. Ich kann das doch. Normalerweise nehme ich Mathegleichungen ohne Probleme auseinander, aber diesmal will mir die Lösung einfach nicht einfallen. Die Ladenglocke klingelt. Ich stopfe meine Hausaufgaben schnell unter den Tresen und schaue hoch. Ein Typ kommt rein, er telefoniert. Das ist mal was Neues. Nicht die Tatsache, dass jemand telefonierend den Laden betritt, sondern dass dieser jemand ein Typ ist. Es ist nicht so, dass niemals Männer in den Puppenladen kämen. Okay, okay, es ist so. Es kommen niemals Männer in den Laden. Wenn überhaupt, werden sie von ihren Frauen regelrecht reingezogen und wirken peinlich berührt oder gelangweilt. Auf den hier trifft weder das eine noch das andere zu. Er ist ganz allein und wirkt ausgesprochen selbstbewusst. Die Art von Selbstbewusstsein, die einem nur Reichtum und Geld verleihen. Viel Geld. Ich lächle. In unserem kleinen Küstenort gibt es zwei Sorten von Menschen. Die Reichen und die Leute, die den Reichen irgendwelches Zeug verkaufen. Geld zu haben verpflichtet anscheinend dazu, nutzloses Zeug, zum Beispiel Porzellanpuppen, zu kaufen. Allerdings sollte man die Worte nutzloses Zeug im Zusammenhang mit Puppen in der Gegenwart meiner Mutter meiden. Die Reichen dienen unserer tagtäglichen Unterhaltung. Was meinst du damit, dass ich sie aussuchen soll? fragt Mr. Rich in sein Handy. Hat dir Grant mal nicht gesagt, welche sie haben wollte? Er stößt einen langen Seufzer aus. Schon gut, ich kümmere mich darum. Er steckt sein Handy in die Hosentasche und winkt mich zu sich heran. Richtig. Er winkt mich heran. Es ist der einzige Begriff, mit dem sich seine Handbewegung beschreiben lässt. Er hat mich nicht einmal mit einem kurzen Blick gewürdigt, sondern nur seine Hand hochgehalten und zwei Finger in seine Richtung bewegt. Mit der anderen Hand streicht er sich übers Kinn und beäugt kritisch die Puppen im Regal. Während ich zu ihm gehe, mustere ich ihn von Kopf bis Fuß. Ein Ungeübter erkennt vielleicht nicht die Kuhle, die diesen Typen förmlich aus jeder Pore trieft, aber mit Reichen kenne ich mich aus. Und der hier stinkt vor Geld. Sein Outfit kostet wahrscheinlich mehr als alle Klamotten in meinem winzigen Schrank zusammen. Nicht, dass es teuer aussieht. Er macht einen auf Understatement, Cargo-Hose, rosa Button-Down-Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. Aber die Kleider stammen eindeutig aus einem Geschäft, in dem man sich auf eine hohe Fadenzahl und dreifache Nähte spezialisiert hat. Es ist klar zu erkennen, dass er den gesamten Laden kaufen kann, wenn er will. Na gut, nicht er, seine Eltern. Es ist mir eben gar nicht aufgefallen, weil sein selbstbewusstes Auftreten ihn älter erscheinen lässt. Aber jetzt, wo ich vor ihm stehe, stelle ich fest, dass er noch jung ist. Möglicherweise mein Alter? Siebzehn, vielleicht ein Jahr älter. Wie kann jemand in meinem Alter schon so perfekt Leute zu sich heranwinken? Durch ein Leben voller Privilegien, so viel steht fest. Kann ich Ihnen behilflich sein, Sir? Nur meine Mom hätte den sarkastischen Unterton heraushören können. Ja, ich brauche eine Puppe. Tut mir leid, die sind alle ausverkauft. Viele kapieren meinen Humor nicht. Meine Mom nennt ihn trocken, was vermutlich das Gleiche bedeuten soll wie unlustig. Heißt aber auch, dass ich die Einzige bin, die weiß, dass ich einen Witz mache. Wenn ich anschließend lachen würde, wie meine Mom, während sie Kunden bedient, würden vielleicht mehr Leute mitlachen, aus reiner Höflichkeit, aber dazu kann ich mich nicht überwinden. Sehr lustig, sagt er, aber nicht so, als fände er es tatsächlich lustig. Mehr so, als wünschte er sich, ich würde überhaupt nicht sprechen. Angesehen hat er mich immer noch nicht. Also, was glauben Sie, welche von denen könnten einer älteren Dame vielleicht gefallen? Alle. Sein Kiefermuskel arbeitet, und dann dreht er sich zu mir um. Für den Bruchteil einer Sekunde sieht er überrascht aus, als hätte er irgendeine ältere Dame erwartet. Ich schiebe die Schuld auf meine Stimme, die tiefer als der Durchschnitt ist, was ihn aber nicht davon abhält, den Satz auszusprechen, der ihm bereits auf den Lippen liegt. Welche gefällt Ihnen? Darf ich keine sagen? Mal abgesehen von der Tatsache, dass der Laden ein Bestandteil meines Lebens und meiner Zukunft ist, den ich nun mal nicht ändern kann, liebt meine Mom ihn, nicht ich. Ich neige zu den ewigen Schreihilzen. Wie bitte? Ich zeige auf die Porzellanversion eines brüllenden Babys. Den Mund hat es zu einem stummen Schrei weit geöffnet, die Augen fest zusammengekniffen. Ich hab's lieber, wenn ich ihn nicht in die Augen sehen muss. Augen können viel ausdrücken. Die da zum Beispiel Ich will deine Seele, kehr mir ja nicht den Rücken zu. Ich werde mit einem Lächeln belohnt, das all die harten, arroganten Kanten aus seinem Gesicht nimmt und ihn ausgesprochen attraktiv erscheinen lässt. Das Lächeln sollte er sich angewöhnen, aber bevor ich den Gedanken überhaupt zu Ende gedacht habe, ist es verschwunden. Der Geburtstag meiner Grandma steht an und ich soll für sie eine Puppe aussuchen. Da kann man nichts falsch machen. Wenn sie Porzellanpuppen mag, werden ihr die hier alle gefallen. Er schaut wieder auf die Regale voller Puppen. Warum denn die Schreihilze? Warum nicht die Schläfer? Er zeigt auf ein friedlich schlafendes Baby. Eine rosa Schleife hält die blonden Locken zusammen. Seine Hände hat es unter das Kinn gesteckt. Das Gesicht ist entspannt. Ich betrachte es und vergleiche es mit dem Schreihals neben ihm. Das Baby mit den geballten Fäusten, den zusammengekrallten Zähnen und den Wangen, die verzorren rosa angelaufen sind. Weil das mein Leben ist, schreien ohne einen laut von mir zu geben. Okay, das sage ich natürlich nicht laut. Ich denke es. In Wirklichkeit antworte ich, beide gehen. Denn wenn es eins gibt, was ich von Kunden gelernt habe, dann, dass sie nicht wirklich deine Meinung hören wollen. Sie wollen nur Bestätigung. Wenn Mr. Rich das schlafende Baby für Grandma haben möchte, warum sollte ausgerechnet ich ihn davon abhalten? Er schüttelt seinen Kopf, als wollte er einen Gedanken vertreiben und zeigt auf ein völlig anderes Regal, das mit dem Puppen der Sorte Seelenfresser. Das Mädchen, auf das er zeigt, steckt in einer karierten Schuluniform und hält einen schwarzen Scottish Terrier an der Leine. Ich schätze mal, die hier wird passen. Sie mag Hunde. Wer? Deine Großmutter oder? Ich knallfe die Augen zusammen, um das Namensschild der Puppe zu lesen. Peggy. Dass Peggy Hunde mag, ist ja wohl offensichtlich, sagt er und ein kleines Lächeln erscheint auf seinen Lippen. Ich meinte meine Großmutter. Ich öffne den unteren Schrank, um nach dem Karton der Puppe zu suchen. Ich ziehe ihn heraus, nehme vorsichtig das Mädchen und seinen Hund mitsamt seinem Namensschild aus dem Regal und springe alles zur Kasse. Während ich die Puppe behutsam einpacke, zeigt Mr. Rich auf sie. Warum hat der Hund keinen Namen? Er zitiert die Aufschrift auf dem Karton. Peggy und Hund. Weil Leute Tiere gern nach ihren geliebten Haustieren benennen. Echt jetzt? Nein, keine Ahnung. Ich kann dir die Telefonnummer von Peggy's Schöpferin geben, falls du dich erkundigen möchtest. Du hast wirklich die Telefonnummer von ihr? Nein. Ich tippe den Preis in die Kasse ein und drücke auf Summe. Du bist nicht leicht zu durchschauen, sagt er. Warum will er mich durchschauen? Wir unterhalten uns über Puppen. Er reicht meine Kreditkarte und ich ziehe sie durch den Scanner. Zander Spence steht auf der Karte. Wird Zander wie Sander oder wie Scanner ausgesprochen? Ich werde ihn nicht fragen. Es ist mir egal. Ich bin schon freundlich genug gewesen. Mit unserem Wortwechsel hätte ich mir nicht mal eine Mom-Predigt eingehandelt, wäre sie im Laden gewesen. Meine Mom ist viel besser als ich darin, ihre Abneigung zu verstecken. Sie versteckt sie sogar von mir. Jahrelange Übung eben. Sein Handy klingelt und er zieht es aus der Hosentasche. Hallo? Während ich darauf warte, dass das Kreditkartenlesegerät den Beleg ausdruckt, öffne ich die Schublade unter der Kasse und lege das Namensschild zu den anderen, die wir diesen Monat verkauft haben. Das ist unser System für die Nachbestellungen. Ja, ich habe eine gefunden. Mit Hund. Er hört eine Minute zu. Nein. Sie ist kein Hund. Sie hat einen Hund. Die Pupp hat einen Hund. Er dreht den Karton um und schaut auf das Bild von Peggy, weil die echte Peggy schon eingepackt ist. Vermutlich ist sie süß. Er schaut mich an und zieht die Schultern hoch, als wollte er fragen, ob ich zustimme. Ich nicke. Peggy ist definitiv süß. Ja, das Mehl hinter der Kasse hat es bestätigt. Sie ist süß. Mir ist schon klar, dass er nicht mich damit meinte, aber die Art, wie er das Sie betont hat, klang so, als fände er mich süß. Ich schaue nach unten, reiße den Kassenzettel ab und halte ihm dann einen Stift hin, damit er unterschreiben kann. Er erledigt es mit einer Hand. Ich vergleiche die Unterschrift mit der auf der Karte und gebe sie ihm dann zurück. Nein, nicht das. Ich meine, sie auch, aber... Ach, du weißt schon, was ich meine. Alles bestens. Bin gleich wieder zu Hause. Er seufzt. Ja, ich meine, nachdem ich beim Bäcker war. Erinnere mich daran, dass ich das nächste Mal flüchte, wenn deine Assistentin ihren freien Tag hat. Er kneift seine Augen zu. So habe ich das nicht gemeint. Ja, natürlich weiß ich so mehr zu schätzen, was ich habe. Okay, Mom, wir sehen uns gleich. Bye. Ich gebe ihm die Tüte mit der Puppe. Danke für deine Hilfe. Kein Problem. Er nimmt sich eine Visitenkarte aus der Box neben der Kasse und beäugt sie für einen Moment kritisch. Und mehr? Unser Laden heißt Puppen und mehr. Er stellt die gleiche Frage wie alle anderen, die in den Laden kommen und nur Puppen sehen. Ich nicke. Puppen und mehr Puppen. Er schaut mich fragend an. Wir haben früher auch Armbänder mit Anhängern und Stofftiere verkauft, aber die Puppen sind eifersüchtig geworden. Er wirf mir einen Blick zu nach dem Motto, ist das denn ernst? Anscheinend ist er bei noch keinem seiner »Schau mal beim gemeinen Volk vorbei, um das Leben mehr zu schätzen«, Ausflüge auf jemanden, wem ich getroffen. Lass mich raten, die Puppen haben damit gedroht, dir deine Seele zu stehlen, wenn du dich ihren Wünsch nicht fügst. Nein, sie haben damit gedroht, die Seelen unserer ehemaligen Kunden wieder freizulassen. Das konnten wir nicht riskieren. Er lacht, was mich überrascht. Ich habe das Gefühl, als wäre mir etwas gelungen, was nicht viele schaffen, und ich muss gegen meinen Willen lächeln. Ich deute mit dem Kopf auf die Visitenkarte. Meine Mom mag die Puppen am liebsten. Sie hatte die Nase voll von Stoffmäusen. Außerdem konnten wir es uns nicht mehr leisten. Irgendetwas von dem Zeug hatte verschwinden müssen, und die Puppen waren es natürlich nicht. Und weil wir ewig pleite sind, sprich, wir verdienen kaum genug, um uns über Wasser zu halten, änderten wir den Namen des Ladens ebenso wenig wie die Visitenkarten. Er drückt seinen Zeigefinger auf die Karte. »Susan, ist das deine Mom?« Das ist auch schon alles, was draufsteht. Ihr Vorname mit ihrer Telefonnummer. Als wäre sie eine Stripperin oder so. »Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn sie jemandem außerhalb des Ladens eine Visitenkarte gibt.« »Ja, richtig.« »Und du bist?« Er schaut mir in die Augen. »Ihre Tochter.« Mir ist klar, dass er nach meinem Namen gefragt hat, aber den will ich ihm nicht verraten. Das Erste, was ich über die Reichen gelernt habe, ist, dass sie das gemeine Volk für eine angenehme Ablenkung halten, sich aber niemals, niemals auf irgendetwas Echtes mit seinen Vertretern einlassen würden. »Und das ist mir nur recht. Die Reichen gehören einer anderen Spezies an, die ich mir nur aus sicherer Entfernung ansehe. Ich verkehre nicht mit ihnen.« Er legt die Karte wieder zurück und geht ein paar Schritte rückwärts. »Weißt du, wo er die Spakery ist?« »Zwei Blöcke die Straße runter. Aber pass auf, in ihre Blaubeermuffins mischen sie irgendeine Substanz, die süchtig macht.« Er nickt. »Habts mir notiert.« »Habts mir notiert...« »Habts mir notiert.«